Wisst ihr, und so viele Menschen, die leben so in dieser Area von Hoffnung, eines Tages werde ich gesegnet werden. So leben viele Christen, die rufen immer, komm Heiliger Geist. Oder Gott möge es segnen. Aber für uns geht das ein bisschen tiefer. Wir kommen aus diesem Raum der Hoffnung, in den Raum des Glaubens. Und Glaube geht immer von diesem Standpunkt des Jetzt aus. Ich werde nicht gesegnet werden, sondern ich bin schon gesegnet. Ich werde nicht geheilt werden, sondern ich bin geheilt. Ich werde nicht reich sein, sondern ich bin schon reich. Ja, aber ich sehe es noch nicht. Nun seht ihr, genau das ist das Problem. Ihr versteht noch nicht eure Position. Aber wenn ihr eure Stellung versteht, Dann versteht ihr, dass genau die Position, die ihr einnehmt, genau die ist es, die das in die Manifestation bringt. Als wir in Afrika waren, Da war ein Lied, das gesungen wurde. Ich möchte so sein wie du, Jesus. Ich möchte gleich sein wie du. Ich möchte gleich sein. Oh, ich möchte so unbedingt gleich sein wie du. Nun, wenn wir das immer singen, ich möchte gleich sein, Dann sind wir immer noch in diesem Bereich der Hoffnung. Aber wenn wir uns 1. Johannes 4, 17 anschauen, Da steht, so wie er ist, So wie er ist, So sind wir. So sind wir. Also geht es nicht darum zu sagen, Ich möchte gleich sein wie er, Sondern ich bin es. Wenn du dir das klar machst, Das bin ich. Und das ist deine Stellung. Das ist die erste Offenbarung, Um das aufzuschließen, Wer er ist in deinem Leben. Ich habe nicht behauptet, Dass das sich schon alles manifestiert hat. Aber wenn das nur so ist, Dass es in der Zukunft ist, Dann wird es nie kommen. Könnt ihr das erkennen? Aber wenn du merkst, Wow! Ich bin schon gesichert. Ich bin geheilt. Ich bin gleich wie er. Ich bin Liebe. Ich bin Freude. Ich bin Glaube. Ich bin all das. Das ist es, wer ich bin. Das ist dein geistlicher Standpunkt. Ich rede nicht darüber, Wo du dich gerade in deiner Seele befindest. Ich rede nicht darüber, Was die Außenwelt in deinem Leben sehen kann. Ich rede nicht darüber, Was die Außenwelt in deinem Leben sehen kann. Darüber rede ich nicht. Ich spreche nicht über die Seele, Und ich spreche nicht über dieses äußere Leben. Ich spreche über das Innenleben. Das ist, was geschehen ist. Du bekommst diese Offenbarung. Und dann macht es deine Seele wach. Und du hörst auf mit diesem stinkenden Denken. Und dann merkst du, So wie er ist, So bist auch du in dieser Welt. Und dann wird dein Leben Im Leben des Jesusleben. Wow. Amen. Ist das nicht stark? Lass uns diesen Segen anschauen. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich. Was? Der Segen des Herrn. Jeder soll mal sagen, Der Segen des Herrn. Das ist wirklich ein guter Vers, Dass du ihn tief reinziehst in deine Seele. Der Segen des Herrn Macht reich. Wow. Der Segen des Herrn macht reich. Also schaut euch das an. Wir haben hier zwei Dinge. Wir haben den Segen des Herrn. Und dann haben wir Macht reich. Also was macht dich reich? Der Segen des Herrn. Amen. Wie viele von euch wollen diesen Reichtum in ihrem Leben sehen? Ich habe Vertrauen, dass das jeder will. Und wenn du es nicht willst, dann bist du egoistisch. Und das muss aus deiner Seele fort. Denn je reicher du bist und je mehr die Liebe fließt, desto mehr kannst du andere segnen. Amen. Halleluja. Denk doch mal darüber nach. Wir haben jetzt gerade so über 4.000 Menschen gedient. Und vielleicht sind davon 2.000 bis 3.000 von neuem geboren worden. Und wir haben 5.000 Dollar investieren müssen, um das zu tun. Was ist jetzt, wenn wir 100.000 Dollar zur Verfügung hätten? Denk mal darüber nach. Es erfordert Geld, die Arbeit zu tun, die Gott uns zu tun heißt. Also erzähl mir nie, dass du arm bist. Und lass nie zu, dass jemand über dich sagt, dass du arm bist. Ich bin gesegnet vom Herrn. Amen. Du bist gesegnet. Schau mal deine Nachbarn an und sag ihm, du bist gesegnet. Halleluja. Halleluja. Gottes Segen macht uns reich. Und dieses Wort Segen bedeutet dieses. Es bedeutet, dass du mit Kraft ausgestattet bist. Come on. Du hast Kraft. Du bist ausgestattet mit Kraft. Jetzt spreche ich nicht über deinen Nachbarn, sondern ich spreche über dich. Und dein Nachbar ist ja auch gesegnet. Du bist in Kraft gesetzt, in Stand gesetzt, Gutes vorwärts zu bringen. In jedem Gebiet deines Lebens. Das bedeutet, jeden Platz, an den du hingehst, dort hast du die Fähigkeit, Frucht hervorzubringen. Gottes Frucht. Wow. Wie viele von euch wissen, dass es genauso war mit Jesus? Ist das immer sichtbar geworden? Nein, nicht immer. Aber diese Fähigkeit war da, es vorwärts zu bringen. Da sind noch viele Faktoren beteiligt gewesen, die sich auf die Leute bezogen haben. Aber der Segen war dennoch immer auf ihm. Und in ihm. Geht mal zu Epheser 1. Und lasst uns das anschauen. im Neuen Testament. Wenn du stark sein willst in deinem Leben, dann musst du in diesem Neuen Testament gegründet sein. Und ich rede jetzt darüber, von Apostelgeschichte an. Die Evangelien gehören immer noch zur alttestamentlichen Zeit. Es war nicht vor der Zeit nach dem Kreuz, dass Menschen überhaupt von neuem geboren werden konnten. Also konzentrieren wir uns hier auf die Briefe. Und dann gehen wir erst zu den Evangelien zurück. Und dann sehen wir, dass Jesus die Menschen vorbereitet hat. Und dann erst gehen wir zurück ins Alte Testament. Und dort sehen wir, wer wir in Christus sind, in Typussen und in Schatten, Vorbildern. Also hier ist ein neutestamentlicher Fest. Blessed be God. Gesegnet. Which verse is it? Verse 3. Verse 3. Gepriesen sei der Gott. Wow. Who's blessed? Wer ist gesegnet? God. God. Who's the source of the blessing? Wer ist die Quelle allen Segen? Who's the source? Wer ist die Quelle? I mean, that's a good question. Das ist doch eine gute Frage. Wer ist überhaupt deine Quelle? Deine Mama? Dein Papa? Dein Job? Deine Arbeit? Dein Arzt? Dein Finanzberater? Die Nation, in der du lebst? Is es der Familienhintergrund, aus dem du kommst? Was ist denn deine Quelle? Wenn das deine Quelle ist, dann wird diese Quelle mit Fehlern ganz ausgefüllt sein. Denn keines von diesen Systemen, die von den Menschen gemacht sind, sind vollkommen. Das ist alles dieses babylonische System. Das ist genau so, wie sie damals diesen Turm gebaut haben, zu Babel, wo sie gesagt haben, wir sind groß, wir erreichen den Himmel durch unsere Kraft. So wie durch all diese Königreiche hindurch. Und eines Tages wird der König der Könige und der Herr der Herren alles zerschmeißen, zertrümmern. Weil keines von diesen Menschen gemachten Königreichen sind perfekte, vollkommene Königreiche. Wir sind alle voller Fehler. Aber unser Gott nicht. Dein Gott nicht. Unser Vater nicht. Also wenn wir das System zu unserer Quelle machen, dann machen wir etwas zu der Quelle unseres Lebens, was voller Fehler ist. Was geschieht, wenn jemand zum Arzt geht und der Arzt sagt, es gibt für dich keine Hoffnung? Und wenn diese Person den Arzt zu seiner Quelle gemacht hat, was wird denn dann geschehen? Dann werden sie sterben. Wenn eine Person das Wirtschaftssystem einer Nation zu seiner Quelle macht, und dieses Wirtschaftssystem zusammenbricht, so wie es vor einigen Jahren in Amerika geschehen, als dieser Börsenmarkt zusammenbricht, und all diese Menschen, die dieses System zu ihrer Quelle gemacht hatten, die begingen dann Selbstmord, die sind aus Fenstern gesprungen und so weiter. All solche Sachen. Könnt ihr das erkennen? Wir leben zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Amen? Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben von einem ganz anderen System her. Aber all diese Weltsysteme werden zusammenkrachen, aber dem Himmel geht es sehr gut. Dem Himmel geht es immer besser. Wow. So wie diese Dame, die mit ihrem Zeugnis nach vorne kam. Für sechs Jahre, ist sie von Arzt zu Arzt gegangen. Denk mal über dieses Erbarmen Gottes. Und am ersten Abend, war sie in dieser Menge in Afrika, und wir haben gesprochen, dass der Fluch der Krankheit gebrochen ist. Und zu dieser Zeit, hat alles ihren Körper verlassen. Sie hatte Probleme hier im Bauchbereich, mit ihren Eileitern, und mit verschiedenen anderen Dingen. Und sie ist von Arzt zu Arzt zu Arzt gegangen, und niemand war in der Lage, ihr zu helfen. Und sie war noch nicht von neuem geboren. Von dem, was wir gehört haben, ist sie Muslimin gewesen. Aber aus der Liebe Gottes heraus, und durch die Bewegung der Gaben des Heiligen Geistes, wurde die Frau vollständig geheilt. Nicht einmal ein Gläubiger war sie. Aber sie kam nach vorne. Wir haben das auf Video, es ist wirklich stark. Und sie hat dann gesagt, alles ist weg, und heute Abend gebe ich mein Leben Jesus. Und ihr könnt diese Entschlusskraft in ihrem Gesicht sehen, dass es ihr gar nichts ausmacht, was die Menschen denken. Ich gebe mein Leben Jesus. Das ist das System das ist das Gesegnete System. Und das ist meine Quelle. Und das ist deine Quelle. Amen. Oh, was werde ich jetzt machen? Ich habe meinen Job verloren. Ist dein Job deine Quelle? Oder ist Gott deine Quelle? Wenn er dir nicht den gibt, dann gibt er dir einen anderen Job. Amen. Und die Menschen, die dich vielleicht an die Luft gesetzt haben, wenn du nicht faul warst, aber Gott hat durch dich gearbeitet, dann sind sie doch wirklich die größten Dummköpfe. Weil die den Segen an die Luft gesetzt haben. Nun, wenn du aber natürlich faul warst, dann haben sie richtig getan, dich zu feuern. Aber versteht ihr, worum es geht? Gott ist unsere Klinik. Und genau darüber spricht Paulus hier. Nummer eins. Die Kraftversorgung, Gutes in unserem Leben hervorzubringen, kommt von Gott. Und wo ist Gott? Wo ist er? Ist er oben im Himmel? Ja, er ist im Himmel. Aber wo ist er? Wie ist er auf der Erde? Wenn er oben im Himmel ist, und das alles ist, dann musst du warten, bis du dorthin kommst, um den Segen zu bekommen. Aber er ist nicht nur oben im Himmel. Denn für uns gibt es keine Entfernung. Es geht darum, dass Christus in uns ist und wir in Christus. Ergreif diese Offenbarung. Du bist in ihm. Was bedeutet, dass du jetzt im Himmel bist? Halleluja. Du bist dort. Du bist schon dort. Sitzen zur rechten Gottes. Bist du dort. Und zur gleichen Zeit ist er in dir. Und wie ist er in dir? Durch diese neue Geburt. Gott ist in uns auf dieser Erde. Also wie könntest du dann nicht reich sein? Wie könntest du nicht reich sein? Also wenn du sagst, du bist arm, dann ist das eine stinkende Lüge. Und das sagt mir dann nur, dass du gar keine Offenbarung darüber hast, dass Gott in dir ist. Aber wenn du weißt, dass Gott in dir ist, dann spielt es gar keine Rolle, wo du hindurch gehst, denn du weißt immer, dass Gott deine Quelle ist. Und das wird jede Furcht aus deinem Leben heraushauen. Amen. Ich diene nicht dem Segen. Seht ihr, deswegen gibt es manche Christen, die sind mal oben, mal unten, mal oben, mal unten. Und sie jubeln, wenn der Segen sich gerade zeigt. Und wenn er sich nicht zeigt, dann sind sie ganz unten. Also die machen die Manifestation, und den Erweis des Segens zu ihrer Quelle. Aber wenn du da noch ein bisschen tiefer gehst, dann spielt es gar keine Rolle. Ich bin immer gesegnet. Weil Gott in mir ist. Und mit Gott in mir, habe ich die Macht. Sag mal deinem Nachbar, du hast die Macht. Du hast die Macht. Du hast die Macht. Du hast die Macht. David, wenn du heute Nacht Brötchen backst, hast du die Macht. Vielleicht arbeitet er heute Nacht nicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hast du die Macht, Gutes hervorzubringen. In that whole place. In jedem Platz, überall. Amen. Amen. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Er wird für ein Auto für dich sorgen, wenn du ein Auto brauchst. Er wird dir ein Flugticket für dich haben, wenn du ein Flugticket brauchst. Der Teufel hat vor ein paar Wochen versucht, David in Kenia zu halten. Weil da so eine Frau, die nicht wiedergeboren ist, eifersüchtig war. Weil die es sich nicht vorstellen konnten, warum ein Mann aus Kenia nach Deutschland kommen sollte und dort lernen sollte, wie man Weißbrot backt. Das ist das Einzige, was sie kennen. Und die hat versucht, diese Papiere zurückzuheizen. Denn er hätte mindestens einen Monat früher hier sein können. Aber wir haben den Gesegneten in uns, und er weiß, was sich abspielt. Und wie er das durchkriegen kann. Und wir haben dann diese Sache ins Gebet genommen. Wir haben gesagt, Herr, da läuft was ab. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist nicht richtig. Amen? Und was geschah dann? Wir haben das ins Gebet genommen. Und David wurde gesagt, die Papiere, die sollten eigentlich schon erledigt sein, jetzt. Aber sie waren es noch nicht. Und die haben das ständig umeinander geschoben. Und haben Zeit vergeudet. Aber der Heilige Geist, er hat gesagt, ruf den und den an. Dann haben wir am Telefon gesprochen. Und so wie David und ich uns am Telefon unterhalten haben, kam ganz plötzlich dieser Name hoch. Und dann habe ich diesen Mann in Kenia angerufen. Und dann habe ich gesagt, hey, hast du eine Idee? Kommt dir eine Idee zu der Sache? Kommt dir eine Idee zu der Sache? Ich habe den Eindruck, dass da eine Person ihn zurückhält von der Sache, von dem Punkt, wo er eigentlich sein müsste. Und wisst ihr was? The guy said, yeah, I know what to do. Dieser Junge hat gesagt, ja, ich weiß, was man tun kann. Und in einer Stunde hat die Botschaft, da wo die Papiere lagen, seinen Papa angerufen und hat mitgeteilt, die Papiere sind erledigt, komm und hol das Zeug ab. Das ist Gott. Amen. Und dann, als er mit dem Flieger zurückkam, hat Martin mich gefragt, wird es heute ein göttliches Treffen geben? Und ich habe gesagt, ja. Und wir sind dann zu dem Flieger. Fünf Stunden sind vorbeigegangen und nichts ist geschehen. Wir waren schon fast zu Hause. Noch drei Stunden vor uns. Auf einmal war es mit dem Mann neben uns. So, dass wir mit ihm angefangen haben zu sprechen. Wisst ihr, was wir herausgefunden haben? Er ist ein Spitzenbeamter bei den Vereinten Nationen. Und er arbeitet überall auf der Welt. Und er ist von Neuem geboren und er ist ein Mann voll Heiligen Geistes. Jedes Mal, wenn ich einen Botschafter brauche, eine Verbindung, dann habe ich diesen Namen von diesem Mann in Nürnberg. Wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Und schaut euch an, und das ist dieses Innenseitensystem. Die Dinge, die passieren nicht einfach. Sondern die passieren, weil Gott alles über jede Person, über jede Situation weiß. Und wenn du ihn kennst und ernerkennst als deine Quelle und wenn die Welt dann Nein sagt und Gott sagt dennoch Ja, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie es von außen ausschaut. Die Antwort ist dann Ja. Amen. Lass niemals zu, dass dieses Äußere zu deiner Quelle wird. Mach es nie zu deiner Quelle. Amen. Gott hat einen Weg, das Fertigbringen durch dich, was er dich beauftragt hat, zu tun. Du hast diese Macht. Sag dem Nachbarn, du hast die Macht. Gott ist in dir. Du bist gesegnet. Du hast die Macht. Du hast die Macht. Du stehst auf einer Bühne mit 4.000 Leuten. Und mindestens die Hälfte von ihnen hängen irgendwie in Hexerei drin. Und dann gehst du sicher nicht hier irgendwie rum und erzählst über den Teufel, über den Teufel, über den Teufel. Nein. 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 Das ist gar nicht in unserem Vokabelschatz, dass wir sagen, der Teufel macht dies und der Teufel macht das. Du stehst auf und du sagst, du bist nicht Angst vor den Wäschern und du bist nicht Angst vor dem Teufel. Bisch. Deal. Du bist auf und du hast überhaupt keine Angst vor den Hexen und du hast auch keine Angst vor dem Teufel. Und das ist das große Geschäft. I mean, many Christians just play these dumb games. Viele Christen spielen diese dummen Spielchen. The devil this and the devil that now. reden drüber, was der Teufel da macht und da tut. Nein. Reinhard Bonke war in Uganda mit Daniel und das ist einer der Freunde, die wir haben. Wisst ihr, was sie letztes Mal gemacht haben? Die haben zwölf Fässer rausgetan und dann haben sie ihre ganzen Hexereifetische da hergebracht und dann haben sie es in die Fässer geworfen und dann haben sie es angezündet. Und die haben gar nicht gesagt, oh, was der Teufel tut, alles, nein. Ich konzentriere mich nicht. Ich konzentriere mich nicht drauf, was der Teufel tut, nein. Ich bin konzentriert auf einen großen Gott. Versucht erst gar nicht, einen Fluch auf mich zu legen. Das habe ich den Leuten von der Bühne aus gesagt. Macht erst überhaupt gar keinen Versuch, sonst würdet ihr euch hinterher wünschen, dass ihr es nicht versucht hättet. Und ich habe keine Angst, dass das vor ein paar Wälder und Mosleuten sagen. das vor einer ganzen Gruppe von Hexen und vor Moslems auszusprechen. This is not what we build our lives on and our ministries on. The Muslims this and the Muslims and the witches this and that. No. Darauf bauen wir nicht unseren Dienst auf und auch nicht unser Leben, dass wir sagen, die Moslems machen dies und das und die Hexen machen dies und das. Nein. Gott sei Dank sind die Moslems in Deutschland. Warum? Weil sie jetzt hier in einer freien Nation sind, damit wir sie zum Herrn bringen können. Das ist die Art, wie wir denken sollten. Wir gehen hinaus mit der Macht Gottes und dann werden sie frei werden. Das verspreche ich euch. Ich habe keine Angst vor den Moslems. Ich habe keine Angst vor den Hexen. Nicht ein kleines bisschen. Denn ich bin gesegnet. Was werden wir tun? Wir werden unser Leben auf Furcht aufbauen oder auf Glauben. Oh, die Hexen. Big deal. Oh, ein Riesengeschäft. Oh, the esoteric. Und all das esoterische, große Sache daraus zu machen. Oh, the Muslims. Big deal. So ein großes, großen Aufwand. Hallo. Who's your source? Wer ist denn deine Quelle? Who's your source? Who's your source? You gotta know when you get in front of people like that. You got a big God in you. Wenn du vor so vielen Leuten stehst, dann musst du wissen, dass du einen großen Gott in dir hast. But at the same time, you gotta know, there's a little tiny devil. He's under your feet. Dann musst du zur gleichen Zeit wissen, dass da ein winzig kleiner Teufel ist, der unter deinen Füßen ist. We were up in the village. Wir waren in dem Dorf oben. A lady comes up. Da kam eine Dame nach vorne. She wants prayer. Und sie wünschte Gebet. Für Heilung in ihrem Körper. Und wir haben Hände auf sie gelegt. Wir haben für sie gebetet. Wisst ihr, was passiert ist? Sie ist geheilt worden. Sie wollte noch nicht mal von neuem geboren werden. Aber sie ist auf dem Weg dahin. Nachdem wir fertig waren, Pastor Elisha zu mir gesagt, das ist die Dorfhexe. Und sie kommt zu uns nach vorne, um Gebet zu empfangen. Sie hat eine große Schlange in ihrem Haus. Damit sie auf Menschen Flüche legen kann. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben ein großes, altes Taschentuch genommen. So wie wir da herumgegangen sind und für alle gebetet haben. Dann haben wir über diesem Taschentuch gebetet. Das war der Ort, wo dieser Waisenhausdirektor vollständig von Krebs geheilt worden war. Last time we were there, we prayed for this woman. She was full of cancer. One of her breasts had already been cut off. Full of cancer. And we prayed for her and we cursed the cancer. And today she's completely healed. Six times she's been back to the doctor and they've confirmed it over and over and over. No cancer. No cancer, hallelujah. Amen. And we prayed over this thing and then sent it home with the witch. We called her saved. And her family. And spoke confusion in all of her witchcraft. Halleluja. Amen. God's our source. God is our source. Not what people are into. Somebody say something in this place. Somebody say something in this place. Halleluja. I mean, people want to make this Hollywood movie out of what the devil is doing and this and this. No. Die Leute, die machen immer aus den Taten des Teufels so eine Art Hollywood-Film. Nein. We had two demon-possessed people come up in the meetings. Da gab es zwei Leute, die nach vorne gekommen sind in den Treffen, die waren von Dämonen besetzt. We laid hands on them. Wir haben unsere Hände auf sie gelegt. We didn't make a show out of it. Wir haben überhaupt gar keine Show daraus gemacht. Just went in Jesus' name out. Wir haben nur gesagt, in Jesu Namen raus. Und wir haben diesen Geistern gesagt, dass sie sich nicht manifestieren dürfen. dass sie sich nicht manifestieren dürfen. Und wir haben diesen Geistern gesagt, Whoa, look at the power of the name of Jesus. Wow! Dass da jetzt keine Show daraus wird vor all diesen Leuten. Wow! Und diese Kraft im Namen Jesu. Nein. Nein, sie wurden einfach frei. Sie wurden frei. Das ist so eine einfache Botschaft. Aber sie ist stark. Und Gott ist unsere Source. Und genau das verändert auch Nürnberg, Deutschland. Kommt, Gemeinde! I know it! I know it! We're gonna shake this city! Amen! Come on, look at your neighbor and say, we're gonna shake this city! I'm just looking for enough faithful people to do it! And God's bringing them! Not a bunch of Christians who want to play a bunch of games! But really serious! And not all exaggerative over what the devil does! No! What God does! Hallelujah! Und die sich gar nicht viel damit befassen mit dem, was der Teufel tut! Nein! Sondern mit dem, was Gott tut! Tell your neighbor that's good teaching! Sag mal zu deinem Nachbarn das ist gute Lehre! Pschuh! Boah! Amen! Amen! I'm blessed! Ich bin gesegnet! And you're blessed! Und du bist gesegnet! Why? God's blessed! Hallelujah! Weil Gott ist gesegnet! Pschuh! I mean, can you see it? Könnt ihr das erkennen? Judith geht zur Arbeit. Judith geht zur Arbeit. Und sie ist dort. Und sie sitzt da. Und die Leute sehen nur von außen Judith. Aber wenn du das vom Geistlichen aus siehst Das ist so wie mit der Bundeslade Die Bundeslade ist dort an diesem Arbeitsplatz Die Bundeslade Die aufgeladen ist mit der Kraft Gottes Die immer bereit ist, das nach außen zu lassen Und das ist so auf der Erde Wir sind in diesem winzigen Hotel Und andere Leute, die schauen das von außen an Und die sagen, so eine winzige Gruppe Aber wisst ihr, was Gott sagt? Mitten in der Stadt Da wird Gott anfangen Gott wird große Dinge tun Weil diese Bundeslade ist in jedem von euch Und erzählt mir nicht, dass das Licht, das wir haben, nicht stärker ist als die Dunkelheit Alles, was in uns ist, wird das alles ausmerzen Es wird es alles ausmerzen Wir müssen nur freisetzen, daran zu glauben Wir müssen das freisetzen, diesen Glauben Ich glaube das Ich glaube an das, was wir tun Ich glaube in das Ich glaube in das Ich investiere meine Zeit hinein Ich investiere mein Geld hinein Ich investiere mein Geld hinein Ich investiere die Seibung Ich glaube das Ich glaube das Du glaubst das Wir sind gesegnet Halleluja Danke, Jesus Könnt ihr das erkennen? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat Oh, don't miss that word half Verpass dieses Wort hat nicht Come on Don't miss that Verpass das nicht, überließ das nicht Sag mal den Leuten am Livestream, verpass dieses Wort nicht Also beachte bitte, es heißt nicht, der uns segnen wird Er wird Nein Nein Half Er hat Come on, half Er hat uns gesegnet Amen Half Amen Past tense Das ist die Vergangenheit Read the book of Ephesians All the places where it says It's already done, already done, already done, already done Lies es den ganzen Brief an die Epheser Überall heißt es Es ist schon geschehen, es ist schon getan Half Hat Half Er hat Er hat Er hat Ich bin gesegnet Ich bin nicht dabei gesegnet zu werden, ich bin schon gesegnet Bist du nicht froh darüber, Thomas? Als vor ein paar Wochen dein Rücken in schlechtem Zustand war Ein frisch verheirateter Mann mit einem schlechten Rücken, nein Das ist eine schlechte Lage, in der man dann ist Aber wisst ihr was? Aber wisst ihr was? Er weiß Er weiß Er weiß Er weiß, dass er nicht geheilt werden wird, sondern er weiß, dass er geheilt ist Und weil er das weiß, dass er schon geheilt ist, kann er immer wieder darauf zurückkommen Egal wie es aussieht aktuell in diesem Rücken und kann einfach wieder dieses aktivieren Ich bin geheilt, ich bin geheilt Amen Und wie geht es dem Rücken heute? Tu jetzt mal was, was du jetzt vor ein paar Wochen nicht tun konntest Tu jetzt was, was du tun konntest Tanze, juble, bück dich, spring, juhu Halleluja Da gab es Tage, als Thomas angerufen hat, er hat am Telefon geweint vor Schmerzen, weil ihm das so schlimm war Aber wir können immer wieder darauf zurückkommen, dieser Rücken ist gesegnet Er ist nicht verflucht Er ist geheilt Er ist geheilt Er wird nicht geheilt werden, er ist schon geheilt Und die Quelle der Heilung ist Gott 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 Halleluja Halleluja Amen 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 Who hath blessed Der gesegnet hat Oh, come on, Church Hallo, Gemeinde Come on, Church Gemeinde Who hath blessed us with all spiritual blessings Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen In heavenly places In den himmlischen Regionen Heavenly places In den himmlischen Regionen Wenn das geheißen hat, hier in himmlischen Regionen What would they think? Was hätten die dann angenommen? What was the heavenly place in the Old Testament for the people? Was waren für die Menschen diese himmlischen Regionen im Alten Testament? What was that? Was war das? There was a place in the Old Testament called the heavenly place Da gab es einen Ort im Alten Testament Der hieß Der himmlische Ort It was the place that contained God's presence His glory Das war genau dieser Ort Der Gottes Gegenwart enthielt Seine Herrlichkeit enthielt What was that? Das war was It was the holiest of holies Das war das Allerheiligste And only one person could go there one time a year The priest Und nur eine Person konnte einmal im Jahr da hineingehen Das war der Priester That was a heavenly place Das war ein himmlischer Ort It contained the power of God Der die Kraft Gottes enthielt It was this power that split the river Es war diese Kraft, die den Fluss geteilt hat It was this power that caused Obadiyahs Heim zum Blühen Zum Erfolg gebracht hat Isn't that right? Halleluja Halleluja But in the New Testament Aber im Neuen Testament Where would this be? Wo ist denn das im Neuen Testament? Amen Why was that veil ripped from the top to the bottom in the temple? Warum ist dieser Vorhang zerrissen worden von oben nach unten im Tempel? Number one to show that it wasn't done by a man Nummer eins Um zu zeigen, dass es nicht durch einen Menschen geschehen ist Und number two Und number two To show us that that's no longer the place for the glory Um uns zu zeigen, dass das nun nicht mehr länger der Ort ist, wo die Herrlichkeit sich befindet Nicht länger lebt Gott in dieser Art von Gebäude oder Behausung Aber das hat nicht bedeutet, dass das, was da drin war, die Erde komplett verlassen würde Sondern das, was da drin war, ist heute in uns Wir sind der Tempel Wir sind der Tempel Come on, Church Hallo, Gemeinde Was was in that Was was da drin war, war dieser Segen Und diesen hab ich jetzt in mir Du hast ihn in dir Du hast ihn in dir Halleluja Halleluja Das wird dich geheilt bringen, wenn du Heilung brauchst Es ist da Ich meine, thank God, we can have altar calls And people can come forward And we can pray for them and pray for them Thank you, Jesus Aber wenn du merkst Dass das in dir ist Dann sind deine Tage, wo du immer nach vorne gehen musst, um Heilung zu empfangen, vorbei Weil du traust darauf Dass das, was in dir ist, all das schlechte Zeug aus deinem Körper ausmerzen wird Amen Amen Und das ist wo, in Romans 8, es sagt, dass du den gleichen Geist in dir hast, der Jesus von den Toten auferweckte Und das ist es, was deinen Leib erquickt und lebendig macht Es macht deinen Körper gesund Das ist der Segen Gottes Man Oh, I got so much, that I haven't got into today Ich hab jetzt so viel, wo wir noch gar nicht dazu gekommen sind Danke, Herr Danke, Herr Yeah, I can keep going, if somebody has to go, feel free to go Ja, ich könnte weitermachen Also wenn jemand gehen muss, der kann gehen I come from Africa They're used to long services Ich komme aus Afrika Und die sind da an lange Gottesdienste gewöhnt I mean, we finished the crusade Wir haben unsere Evangelisation abgeschlossen Und dann sind die noch in die Gemeinde gegangen Für das ganze Nachtgebet dort Und das war nach dem Vormittag Wir haben von 8 Uhr bis 1 Uhr durchgemacht Wow Wow That's a hunger Das heißt Hunger zu haben Amen 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 We're not just this unique 1-hour church We go with the Holy Ghost Amen Wir gehen mit dem Heiligen Geist How many of you want more? Wie viele von euch wollen mehr? I'll give you another message if you want it Dann gebe ich euch noch eine Botschaft, wenn ihr wollt Und es gibt keine Verdammnis, wenn du gehen musst Aber es gibt eine Menge Wollt ihr mehr am Livestream? Ask them Frag sie mal, Martin Okay Okay Thank you, Lord Danke, Herr All right, go to Galatians 3.13 Geht mal zu Galatians 3.13 So we're blessed, amen Also sind wir gesegnet, amen And we're blessed because the blessing is in the heavenly place Und wir sind gesegnet, weil der Segen an himmlischen Örtern ist What's the heavenly place? Was sind diese himmlischen Örter? That your spirit Das ist dein Geist Amen Amen Your spirit contains God Dein Geist enthält, umfasst Gott Your spirit contains God Dein Geist umfasst Gott So see it that way Not just the blessing Also sieh das mal auch so Es geht nicht um den Segen What's the source? Sondern was ist die Quelle? God is in me God is in me Come on, church God is in me God is in me God is in me Tell your neighbor God is in you Sag mal zu deinem Nachbarn God is in dir You can't get God in you Through Islam Du kannst durch den Islam Gott nicht in dich hineinbringen You can't get God in you Through Hinduism Auch durch den Hinduismus Kannst du nicht Gott in dir aufnehmen We had this big box Of prayer clause Of a couple of years ago Da war vor ein paar Jahren Diese große Schatulle Mit Gebetstüchern And there's a ministry in India That we're connected with Und da gibt's einen Dienst In Indien Mit denen wir verbunden sind And they had this plague This disease That was breaking out Und da hatten sie diese Seuche Die Krankheit Die da ausgebrochen ist And so we prayed over this Also haben wir darüber gebetet And we released the healing anointing Und wir haben diese Heilungssalbung freigesetzt Und Markus und Johanna I think they're on the live stream But they took it To the post office Und Markus und Johanna Ich denke die sind mit dabei Am live stream Die haben das zur Post gebracht Und Markus said Man, the anointing Was so strong in that box Und Markus hat gesagt Oh, die Salbung War so stark Auf dieser Schachtel Wenn jemand zum Klo gehen muss Zoltan, die haben jetzt gerade alle gesagt Dass ich weitermachen soll Und noch eine Botschaft lehren soll Also wir machen noch eine Botschaft Du wurdest nicht gefragt Wir kommen jetzt gerade von Afrika Amen So if anybody has to use a restroom Go really quick Also wenn jemand aufs Klo muss Dann geht jetzt mal schnell Amen Amen Wow Aber wir haben diese Kiste geschickt Nach Indien Und die haben dann diese Taschentücher All diesen Menschen aufgelegt Und viele, viele Menschen Haben Heilung empfangen In ihrem Körper Eingeschlossen Sogar ein Hindu Priester Und das hat diesen Teufel Aus diesem Priester Rausgehauen Und er ist von neuem geboren worden Amen Amen So genau wie mit dieser Frau Martin kennt die Geschichte Muslim woman Das war eine muslimische Frau Sie wurde letzte Woche Von neuem geboren Und bevor sie von neuem geboren wurde Wurde sie auch am ersten Abend Genauso geheilt Aber am ersten Abend Hat sie ihr Leben noch nicht Jesus gegeben Aber Gott hat sie geheilt Und dann ging sie heim Und diese Kraft Gottes War immer noch auf ihrem Körper Und beide von ihren Kindern Haben nachts Albträume gehabt Die konnten nicht schlafen Was wahrscheinlich das Ergebnis war Von einem Fluch Den eine Hexe Auf diese Familie gelegt hat Aber wisst ihr was Die Frau ging nach Hause Und die Kraft Gottes Die auf ihr war Die hat den Teufel Auch von ihren Kindern vertrieben Sie kam am nächsten Abend zurück Und sie hat gesagt Ich bin vollständig geheilt Meine Kinder haben so gut geschlafen wie nie Und ich gebe jetzt mein Leben Jesus Amen Amen God is in the box Gott ist da drin in der Schachtel Schatulle Box Guck mal deine Hand Guck mal deine Hand auf deinen Bauch Gott ist da drin Gott ist in der Kiste Halleluja Er ist in uns 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 Das was im Heiligsten Im Allerheiligsten war Das ist in uns Du bist nicht nur einfach Gesegnet Sondern der Segner Ist in dir Größer ist er Größer ist er Ich vergesse das nie Als ich ein Kind war So ungefähr acht Jahre alt Und Oral Roberts hat gerade seine Fernsehsendung beendet Es war ein großer Heilungsdiener Größer ist er Und dann hat er so gezeigt Vergiss du bloß nicht Größer ist der, der in dir ist Als der, der in der Welt ist Und dann hat er angeleitet Dass da das Lied gesungen wird Größer ist er, der in mir ist Gesegnet ist der Herr Der Vater unseres Herrn Jesus Christus Der Vergangenheit Uns gesegnet hat Mit jedem geistlichen Segen Amen With all spiritual blessings In heavenly places Mit jedem geistlichen Segen In himmlischen Regionen Alright, let's go to Galatians 3 Lasst uns jetzt zu Galatians 3 Es heißt hier Christus, beachte das Hat Da ist wieder dieses gleiche Wort Hat Das ist wieder dieses Wort Hat Er hat es schon getan Er hat es schon vollbracht Er hat Redeemed us Uns erlöst So Jesus paid the price Verse 13 Also Jesus hat den Preis bezahlt Jesus did something Jesus hat etwas getan Er hat es schon getan Schaut mal, wir schauen zurück Auf das, was er getan hat Die Menschen, die zu Jesu Zeiten Geheilt wurden Die wurden sozusagen Auf Kredit geheilt Jemand musste noch erst kommen Und dafür bezahlen Aber für uns Wir befinden uns Nach dem Kreuz Es ist schon dafür bezahlt worden Amen Amen Er hat Vergangenheit Er hat uns losgekauft Ich hab Neuigkeiten für dich Keine Hexe Kann irgendeinen Fluch auf dich legen Amen Ich glaub das nicht Nun, wenn du das glauben willst Klar Aber ich nicht Ich entscheide mich dafür Das nicht zu glauben Amen You want to open your life To fear Fear will bring anything Ungodlich into your life Aber so wie eine Person Furcht haben kann Was eigentlich bedeutet An die falschen Dinge zu glauben Können wir Glauben haben Und das bedeutet An die richtigen Dinge zu glauben So einfach ist es Ich glaub das nicht Ich glaube das nicht Halleluja Amen 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 Und ich kann euch versichern Leute die umher gehen Und immer von dieser Furcht vor dem Islam Und von der Furcht vor Hexen sprechen Die sind wirklich unter dieser Furcht Die ganze Zeit Und da gibt es Christen Die das so machen Und so the whole foundation Of their life And ministry Is fear based Und die ganze Basis Von ihrem Leben Und von ihrem Dienst Ist eigentlich Auf Furcht basiert Und dann brauchen sie diese Drei Stunden Sitzungen Wo man gegen den Teufel Krieg führt Und in Zungen betet Damit Hoffnungs Hoffentlich irgendein Durchbruch Kommt Damit dieser Fluch geht Nein Ein Wort im Namen Jesu Ein Mensch der glaubt An diesen Vers in Galater 3.13 Ist genug Amen Come on church Come on Gemeinde We are not gonna build this on fear We're gonna build this on faith Wir werden überhaupt nicht Auf Furcht aufbauen Sondern auf Glauben Amen 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 If we're spending 90% Of our time Binding the devil In our prayer time Wenn wir 90% Unserer Zeit Damit zubringen würden Den Teufel zu binden In unserer Gebetszeit Und 10% On the good things of God We're missing it Und dann nur 10% Über die guten Dinge Gottes Dann verpassen wir es Amen Yes we do bind the devil Ja wir binden schon den Teufel And we pray for people That are bound Und wir beten auch Für Leute die gebunden sind But that's not our focus Is this big mountain Of the devil That has to move Aber das ist nicht unser Fokus Das ist genau dieser Große Berg des Teufels Der muss weichen Our focus is on I got a big God in me Unser Fokus ist Ich habe einen großen Gott in mir And you got a big God in you Und du hast einen großen Gott in dir Und ich habe den gleichen Geist in mir Der den Tod überwunden hat Als Jesus von den Toten auferstanden ist Ich bin nicht dieser winzig kleine Christ Der immer versucht hochzukommen Versucht hochzukommen Oh der Teufel 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 Du bist nicht ein winzig kleiner Christ Erzähl dem Nachbarn Du bist nicht so ein winzig kleiner Christ Sondern Gott ist in dir This is what my soul is catching up with Hallelujah Das ist das was meine Seele erpackt Most of my vocabulary is talking about The great things of God That he's doing in the world And not all the rotten things The devil is doing in the world Der größte Teil meines Wortschatzes Erzählt über das was Gott in der Welt tut Und nicht über das was der Teufel tut And I'll tell you something Christians have spent more time Reading the newspaper And watching television Than reading their Bible Or loaded with that stuff Und ich sage euch Es gibt viele Christen Die lesen mehr in der Zeitung All das was der Teufel tut Als das sie in der Bibel lesen Weil das genau dieses System der Welt ist Weil das dieses Versagensystem ist Das ist für mich keine Nachricht für mich News for me Keine Nachricht für mich Denn wir leben in den letzten Tagen Jesus is coming Und Jesus kommt wieder Und das ist die großartigste Zeit Wo Menschen zu Jesus bringen Größer als jemals zuvor Halleluja Amen Amen Könnt ihr das erkennen? Christ hat mich losgekauft vom Fluch Amen Das musst du wissen Du kommst nicht in Furcht Am letzten Tag Als wir in Afrika waren Da gingen wir zu diesem Kinderwaisenheim I'm sitting at breakfast Und da saßen wir beim Frühstück With Martin Zusammen mit Martin With Charles Und mit Charles We're having a good time Und wir hatten eine gute Zeit Und dann all of a sudden Und auf einmal Everything started spinning up here Dann fing irgendwas an Sich zu drehen Im Kopf Und hier Und hier Und hier Und hier Und ich hatte jetzt keine Möglichkeiten mehr Irgendwas in meinem Magen zu behalten Ich konnte kaum aus dem Bad ins Bett gelangen und aus dem Bett wieder ins Bad. Mein ganzer Körper war komplett nass geschwitzt. Martin wird euch sagen, dass das die Wahrheit ist. Mein ganzes Bett war nass gesaugt. Und dann diese ganzen äußeren Dinge. Du bist in Afrika. Es gibt jetzt keine Möglichkeit, in dein Krankenhaus zu gehen. Ein Gedanke nach dem anderen. Aber wisst ihr was? Christus hat mich vom Fluch erlöst. Und wenn ich geladen, aufgeladen, folgendes, und der devil, und der devil, und der devil, Wenn ich geladen, aufgeladen, voll gewesen wäre, mit den Gedanken, dass der Teufel dies und jenes tut, ich garantiere euch, ich wäre heute doch immer krank. Und oh, ich bin in Afrika, und jemand hat mich nicht gemocht, er hat mich verflucht, und all so ein Zeug. Aber ich habe gesagt, nein. Und ich lag einfach da. Jesus, ich bin geheilt. Ich bin gesegnet. Habe ich recht, Martin? Und Martin hat dasselbe getan. Und Charles hat das gleiche getan. Und die haben nicht die Hexen alle hergebracht. Nein, wir haben das Wort gesprochen. Ich sage euch. Es hätte keine Möglichkeit, dem Natürlichen gegebenen, in dieses Kinderheim zu gehen. Keine Möglichkeit. Wir mussten zwei Stunden im Auto sitzen und fahren, und da gab es dazwischen keine Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Und ich habe genau, ich habe gebrochen nach oben, und ich musste auch nach unten das abgeben. In beide Richtungen. Aber ich sage euch. Innerhalb von 30 Minuten. Und Martin wird es euch bestätigen, dass das wahr ist. war jedes Symptom von meinem Körper weg. Jedes Symptom verschwunden. Und ich habe an diesem Tag auch Essen gegessen. Ich habe Fischstäbchen und Kartoffeln gegessen an dem gleichen Tag. Und gekochte Mais. Und einen Cola getrunken und Wasser getrunken. Und wir sind gegangen. Keine Probleme. Weil ich gesagt habe zum Teufel, du wirst mich nicht davon abhalten, zu diesem Kinderheim. Ich wusste, von wo es kam. Aber ich habe mich nicht darauf konzentriert. Und ihr wisst immer, wo das herkommt. Es kommt nicht von Gott. Ich bin sicher, dass es vom Teufel kam. Aber Gott in mir ist viel größer. Halleluja. Halleluja. Vergesst das nie, Gemeinde. Ihr seid gesegnet. Ihr seid erlöst. Erlöst. Vom Fluch. Ihr seid erlöst vom Fluch. Jedes Mal, wenn diese anderen Dinge auf dich kommen wollen, erinnere dich, Jesus hat sich um das Problem schon gekümmert. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Jesus hat es schon erledigt. Es ist völlig unabhängig davon, wie die Situation gerade aussieht. Wir leben nicht gemäß dem, was außen sich abspielt. Wir leben gemäß dem, was innen ist. Da ist es, wo der Segen ist. Als wir in Uganda waren, dieser Mann war da. Er war über all der Sicherheitsdiensten vorstand. Hunderte von Polizeibeamten unter ihm. Und wir haben da nicht über diese kleinen Drogengeschäfte gesprochen. Wir haben über Menschen gesprochen, die Messer nehmen und kümmern. Köpfe abschneiden und solche Geschehen. Und Menschen, die die Straße lang fahren und Menschen umfahren und wieder wegfahren. Darüber haben wir gesprochen. Wisst ihr, was dieser Mann tat? Er hat seine Bibel hochgehalten. Er hat gesagt, das ist meine Schusswaffe. Halleluja. Von neuem geborener Heiliggeist-Chef der Sicherheitsdienste. Der jeden Sonntag als Pastor in einer Gemeinde predigt. In voller Polizeiuniform. Wir werden ein Video posten. Das ist einfach stark. Das ist meine Quelle. Das ist meine Schusswaffe. Eine kleine, winzig, kleine Frau. Eine Zwergin. Die auf der Bühne stand. Und sie singt und der Ort ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. Und die Nachbarnation schneidet solchen Menschen den Kopf ab und isst sie auf. Aber sie steht da. Und sie sagt, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Und sie singt darüber. Jemand wie sie, die wissen genau, dass sie geschehen sind. Und andere Leute, die tun diese Sachen, weil sie denken, diese Menschen sind verflucht. Und sie stand up und singt, diese kleine, kleine Frau mit Kraft zu schicken, die ganze Atmosphäre schicken. Kommt mal, Gemeinde. Sag mir nicht, dass wir es in Nürnberg nicht schaffen können in Deutschland. Sag mir nicht, dass Gott nicht etwas hier tun will. Erzähl mir nicht, dass du nicht an deinem Arbeitsplatz Großes tun kannst. In deinem Nachbarn. In deinem Nachbarn. In deinem Hotel. In deinem Gebäude, was Gott uns gibt. In deinem Gebäude, was Gott uns gibt. Halleluja. An economy. 2000. Today. Weniger als ein Euro. Hier in meiner Hand. Du musst mal sehen, was das für ein Stapel Geld ist, wenn du einfach nur 100 Euro zu zahlen hast. Aber in einer Wirtschaft wie der. Ist das nicht ein System. Du weißt, was in dir ist. Wer möchte diesen, John? Nein. Empfangt dir was heute Abend. Galatians 3. Galatians 3. Schön, dass du da warst, Claude. Claude, so glad. We'll have it on the live stream too, so you can watch the rest of it. Ja, die Menschen. Tell your wife she's blessed. Sag mal deiner Frau, sie ist gesegnet. Ihr könnt den Rest am Livestream anschauen. Ich weiß, ein paar Leute müssen gehen, aber die hier sind, die haben mir erzählt, dass ich zwei Botschaften predigen soll. Also, goodbye. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unsretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also, das ist der Fluch. Amen. Und wir sind losgekauft. Aber bitte, geh mal zum nächsten Vers. Der nächste Vers. Der nächste Vers. Der nächste Vers. Damit der Segen. Von wem? Und bedenkt mal, dass das das Neue Testament ist. Neues Testament. Aber es erwähnt eine Person aus dem Alten Testament. Neues Testament. Old Testament Blessing. Und alttestamentlicher Segen. Dass der Segen Abrahams. Wow. Zu den Heiden komme. So, does this blessing still exist today? Existiert also dieser Segen heute noch immer? Existiert dieser Bund heute noch immer? Manchmal bringen die Leute das durcheinander. Die Zeit von Mose mit der Zeit Abrahams. Mose ist das Gesetz. Gott gab das Gesetz Mose. Er gab es ihm. Und der Zweck davon war, zu zeigen, was Sünde ist. Und da gab es Strafen. In diesem Gesetz. Und das war eigentlich ein Schutz. Aber vor dem Gesetz. 400 Jahre bevor. 30 Jahre bevor. 430. 430 Jahre vor. Bevor Mose das Gesetz empfing. Gab es Abraham. Gab es Abraham. Und das wird genannt der Bund Abrahams. Und die Bibel sagt. Dass wir gesegnet sind mit diesem Segen. Nicht nur Abraham und die Juden. Sondern alle Nationen. Halleluja. Amen. Also wäre es doch eine gute Idee. Wenn wir über Abraham lernen würden. Und wenn wir verstehen würden, was dieser Segen war. Ist das nicht wahr? Es wäre doch eine gute Idee. Und es wäre eine gute Idee, sich an diesen Segen zu erinnern. Und zwar regelmäßig. Wisst ihr, warum es das Zehntengeben im Neuen Testament immer noch gibt? Das ist nicht durch Mose gekommen. Das kam durch Abraham. Damit wir uns regelmäßig daran erinnern würden, wo der Segen herkam. Deswegen hat Abraham seinen Zehnten zu Melchizedek gegeben. Deswegen war es in Hebräer 7. Melchizedek ist ein Typus, ein Vorschatten von Jesus im Neuen Testament. Wie viele von euch sind gesegnet? Mit Abrahams Segen. Ist das nicht großartig? Wir sind gesegnet. Und weil wir gesegnet sind. Gott hat einen Weg für uns, wie wir uns regelmäßig daran erinnern sollen. Amen? Ja. Sieht so aus, als ob die Webseite kaputt ist, aber sie ist gesegnet. Danke, Martin. Amen? Amen. Sie ist gesegnet. Sag mal deinem Nachbarn, das wird alles sich zum Guten wenden. Und wir werden stärker sein als jemals zuvor. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir werden dieses Segen anschauen. Und was uns gehört. Und dann werden wir darüber sprechen, wie dieser Segen freigesetzt wurde. Es war Gottes Willen, Und dass sie diesen Segen auf der ganzen Erde multiplizieren würden. Und darum geht's. Was im Garten war, ist in dir. Damit du das deiner Welt gibst. Für deine Welt. Damit du es nach außen vervielfältigen kannst. Die Macht über Leben und Tod ist in unserer Zunge. Deswegen schreibt Jakobus auf, Aus deinem Mund kommen Fluch und Segen. Für den Gläubigen sollte es nicht so sein. Amen? Amen. Wir wollen den Segen freisetzen. Wow. Habt ihr etwas gelernt heute Abend? Danke, Herr. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Abend. Danke, Herr, dass du uns heute gedient hast. Auf mächtige Art und Weise. Und, Vater, wir haben länger in der Natur als vorher. Aber, Herr, unsere Zeit ist deine Zeit. Und wir danken dir, dass du heute in deine Familie hineingesprochen hast. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. und heute Abend, wenn wir geben erinnern wir uns daran dass wir gesegnet sind und weil wir gesegnet sind, können wir geben und so wie wir geben dann ist auch dieser Same, den wir geben, gesegnet um sich zu multiplizieren um unsere Finanzen zu vergrößern in jedem von unseren Leben und wir danken dir dafür in Jesu Namen Amen Ja, wir werden jetzt weitermachen und die Gabe einsammeln Vielleicht haben wir eine Antwort diese Woche Zoltan hat ein paar Räume die wir anschauen können und das sind also Gebäude und wir wollen das diese Woche mal anschauen sobald wir so eine Verabredung haben werden wir nach Nürnberg kommen und wir werden dann anschauen wir haben schon die Stühle und das ist großartig jetzt brauchen wir nur noch so eine Soundausstattung wir haben das Geld um das anzuschaffen und wir haben auch das Geld für so ein Konto Ja, für die Couch Ach so, für die Couch und so und so vielleicht werden wir dann nach dieser Woche schon mehr wissen aber wenn nicht dann wir werden weiterhin unser Bestes tun um die Plätze anzuschauen Amen und am Samstag findet die Frauenkonferenz statt und das wird auch stark werden Markus und Johanna werden hier sein und sie werden auch am Sonntag mit da sein also wird das auch wieder eine großartige Zeit mit ihnen sein und am Mittwochabend werden wir wieder bei Soltan und Maria uns treffen wenn ihr kommt, dann kommt das ist eine große Zeit vier Menschen sind letzte Woche errettet worden und das Wohnzimmer war komplett voll aber ein paar mehr bringen wir schon noch rein auf jeden Fall großartig zu sehen, was Gott tut und so werden wir dort weitermachen Amen Wir werden regelmäßig Gebet weitermachen Wenn ihr da teilnehmen könnt, dann wäre das super es ist übers Internet und wir werden das fortführen Wenn wir um 9 Uhr noch nicht online sind normalerweise findet zwischen 9 und 10 Stunden das hängt immer vom Tagesprogramm ab, was wir haben Auf jeden Fall haben wir eine großartige Gebetsgruppe Amen Amen Und in der folgenden Woche Jeremy und ich werden auf die Philippinen gehen Der Herr hat vor ein paar Tagen zu mir gesprochen Wir haben dort einen Dienst, der uns eingeladen hat Und Jeremy wird da in der Woche Ferien haben Also gehen wir zusammen auf diese Reise Und das ist eine brennende Gemeinde auf den Philippinen Sie haben dort 42 Gemeinden Also werden wir so ein plötzlich realisieren Und dann werden wir wieder zurück sein Und dann gehe ich erst wieder im April Betet mal darüber Wir werden im April nach Pakistan Und ich tue das gar nicht öffentlich rausgeben Aber ich gehe zusammen mit einem Evangelisten Aus England Und dieser Mann ist aus Pakistan Das ist ein solider Dienst Sie haben auch einen Fernsehdienst In England Und sie bauen auch gerade in Pakistan einen auf Und beim letzten Feldzug hatten sie 8000 Leute Und er hat uns eingeladen mitzugehen Und ihr Dienst bezahlt den kompletten Feldzug Ich zahle nur mein Flugticket Und so das wird im April stattfinden Und im Juni werden wir wieder in Tanzania sein Also wir gehen vorwärts Amen Yes Thomas To Kosovo Yes 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 And I just told Raphael about that Alright There's an invitation to go to Kosovo too Und es gibt auch eine Einladung In den Kosovo zu gehen Und das wird ein Trip mit dem Auto sein So Praise God That's coming Amen 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 And we want Maria to come back to go then And we want Maria to come back to go then And we want Maria to come back to go then And she will be Amen Wow Maria pray over this Yeah Hallelujah You did some translating today Maria She did a great job didn't she Super job We got a great team here We have a great team here And listen And listen No matter where I go And I mean this And Martin will tell you this is so This is my home This is my home We have the same kind of vision That Charles has Who I was with in Tanzania He was with me in Uganda Their ministry is called Hope for all nations Our ministry is called From faith to faith To the nations Unser Dienst heißt Von Glaube zu Glaube Zu den Nationen He's building a home base right now Er baut jetzt gerade so eine Heimatstation auf Und er geht von diesem Punkt aus Auch in die Nationen Und Gott gibt ihm ein Team Und das machen wir Wir bauen unsere Heimatbasis auf Hier in Nürnberg Die Heimatbasis ist Nürnberg Nicht Weissenburg Nicht anywhere else Nürnberg Nicht irgendwas anderes Sondern Nürnberg And we are gonna move back To Nürnberg Und wir werden auch Nach Nürnberg Zurückziehen We don't know exactly when Wir wissen noch nicht genau wann But we're gonna come back here soon Aber wir werden bald zurückkommen Gott hat während des Weihnachtskonzerts Zu mir gesprochen Und das ist unser Zuhause Amen Amen Aren't you glad Somebody smile Jemand lächelt So we go forward Wir gehen vorwärts Der Hauptgrund für Weissenburg War Jeremy's Schule Und uns als Familie Einen neuen Start Zu gewähren This is our home Aber hier ist unser Zuhause This is our home Das ist unser Zuhause Amen Amen Isn't that good Ist das nicht gut Und ich denke jetzt nicht dran Dass wir 15 Leute haben We have a city Wir haben eine ganze Stadt Amen Amen And we're gonna get a home base Und wir werden so eine Heimatbasis haben As soon as we can get in a building We'll be there Sobald wir ein Gebäude bekommen Werden wir dort sein Danke Jesus All right Raphael Come on up I'll let you and Maria Pray over this offering Pray over the people Pray over the people Vielen Dank.